Komisches Volk, hier. Definitiv. Oh Gott! Wo kommt die Wand her? Damit hab ich ja jetzt ehrlich gesagt. Oh, diese Legs facken dezent ab, Alter. Hast du schon wieder die Legs? Ja. Wie kommt das denn? Ja, keine Ahnung. Ich hatte das eben schon, als ich gespawnt bin. Okay. Alle paar Sekunden, kurzen Hänger. Das hab ich erst seit dem... ...letzten oder vorletzten Mal, als wir gezockt haben. Und nur bei diesem Spiel. Okay. Dann müssen wir jetzt den Fuß weiter, ne? Ja, ich merk gerade auch, ich hab mich festgefahren. Ich komm hier gar nicht mehr weg. Okay, jetzt sagt die Nacht wohl gone. Oh, nice! Ja, geil. Komm bei mich bei, Freund. Moment. Ja, drei Schläge mit dem Wetter und der ist tot. Ja, schieß! Ist so gut in Ordnung. Rechts. Ah! Ah! Fleck! Tod. Ist das hier mit Metzeln, Alter! Ist das hier mit Metzeln, Alter! Ja, alles meins. Na und meins. Du bist instanziert, mein Freund. Du hast dein eigenes Deins. Ich habe aber mein eigenes Eins, ja. Mein eigenes Eins, ja. Danke. War ein langer Tag heute. Was? So, let's go. Let's go, ne? Ja. Wie geil ist das denn, dass wir die mit drei Klatschern wegklatschen, Alter. Ich find's heftig geil. Ja, deswegen hab ich jetzt auch eigentlich fast keine Angst mehr hier in der Nacht rumzulaufen. Übrigens. Wow! Es laggt! Oh, wie ich das hasse, ne? Übrigens. Ja, es ist Nacht. Das heißt, es gibt ja irgendwie 300.000 fache Punkte für alles, was du machst, auch wenn du nur furzt. Ja. Und ich werde jetzt so viel wie möglich nicht den Haken des laggt, Alter. Ich... Was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Ich hab was mit dem Opfer gehört. Ja, okay. Ich seh nur was vom Dach runterkreisen, was schreit. Haha. Hat das überlebt? Hallo? Was war das? Ja, noch gelootet. Haha. 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 Und tschüss? Haha. Noch jemand? Das hat ein Impfung erreicht. Oh. Woh. Oh. 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 nieder. Ja, so levelt man und zwar ausschließlich nachts. Au. Au, Hilfe, Hilfe. Ganz oft? Ja, ja. Oh, Junge. Heilen und Waffe-Rapäern gleichzeitig ist ein bisschen tricky. Oh. Gehst du, gehst du runter von mir? Ich bin tot. Dieses Vieh wäre kein Problem. Ja, ich brenne. Geil, ich bin heiß. Wow, ich will ihm helfen. Oh, Alter. Junge. Yo. I bims rowdy. Nein. Au. Oh. Komplett unfreundlich die Leute hier, Alter. Scheiß Ort. Würde ich nicht empfehlen in meinem Reiseratgeber. Wieso genau wechselt der den Pfeil und wechselt ihn wieder nicht? Was geht das? Achso, ne? Wir kriegen ja auch Männlichkeitspunkte, wenn wir Verfolge abhängen, ne? Ja. Das heißt, die Obmeisterkeit von denen erregen ist, glaube ich, gar nicht mal sooo schlecht. Vor allem, weil wir sie auch killen können, endlich. Ohne Probleme. Jaaa! Was? Er hat sich komplett selbst da rein manövriert. Geil, suizidiale Tote. Was? Das sind irgendwie zwei Sachen, da kriege ich das gerade Kurschwenzen, wenn ich die versuche zu kombinieren. Jaaa, tu es. Was? Boah, ich glaube, ich muss meinem Rechner mal wieder neue WLP verpassen, Alter. Dein was? Neue Wärmeleitpaste. Warum glaubst du, das könnte daran liegen? Möglich. Ich will es nicht ausschließen. Ich lebe im Dachgeschoss und es ist höllig heiß. Jaaa, komm bei mich bei, Butterfisch. Jaaa, komm. Ich weiß, du willst es auch. Oh, ich bin tot. Oh! Oh, 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 oh. Jaaa, give me all you got, give me, give me all you got, yeah. Die Nacht ist vorbei. Ups. Aber gut gelevelt tatsächlich, wa? Ja. Können wir gerne auch häufiger machen. Ja. Alter, wie viele war von diesen krassen Infiziten gekillt haben, wa? Oh ja, ne ganze Menge schon. Da ist einer! Wo? Stay down! Do not resist! It's the police! It's your friend! The police! Wo ist er? Hier. Da ist er. I have taken him down. Oh, hier ist die Kiste. Schloss knacken mittel, ja komm. Wow! Finishing Move zum zweiten Mal ausprobiert in diesem Spiel. Haaa! Was müssen wir jetzt hier machen? Hier, die Kiste ist zu. Boah, Junge. Ich bin dann, ich bin dann in Adams Haus, ne? Wat? Hier ist ein Aidskasten. Ich komme. You do not need to talk further, my friend. Hier ist eine Kiste. Geil, ne gebrauchte Jeans, ja. Ich finde sie einen Weg an, ums Apartment zu betreten, okay. Ja, hier ist aber kein Weg. Was haben die einen gefressen, alter? Wahrscheinlich müssen wir wieder übers Dach oder Balkon oder sonst irgendwas. Ich guck gerade. Balkon ist auch nichts aus dem Korb, wo eine Klinge drin ist. Wow, hier wollte ich nicht hin, aber okay. Ist das hier auch noch das Apartment? Also das ist direkt unter uns, ja. Okay. Okay. Und das hat eine rote Tür da vorne. Und da komme ich nicht rein. Wow, die Hintertür kann ich ja nicht anwählen. Ich bin mir diesen maximal aggressiven Spackkurs, Alter. Maximal aggressiv. Schöner Taskmanager übrigens, muss ich mal anmerken, da muss ich mal ein Mekka-Video drüber machen. Schöner Taskmanager, der mir Auslastungen anzeigt, aber keine Temperaturen. Hm. Dafür braucht man dann ein Drittanbieter-Programm. Amen. Wie zum Schnitzel kommen wir denn hier rein. Oh, hier ist eine Kiste. Waffe mit 779 Schaden, nein. E-Bim ist verwöhnt. Ja, was machen wir jetzt? Watschal wie du? Bist du trank in ein Haus? Na, warte. Maybe, maybe, maybe I have an idea, but... Wow. Äh, es hat richtig schön geklatscht, Alter. Ach so. Oh, ich sehe gerade. Ich habe nur noch 5 Medikits, Alter. Ich sollte mal welche machen. Nur noch 5? Du hattest bald tausende mehr als ich. Was hast du gemacht? Ja, Sachen. Wow, ich bin zu viel gescrollt. Danke dafür. Ich könnte 96x2 bauen. Soll ich? Soll ich? Ja, mach. Das wäre übertrieben. Ich könnte auch 219x5 Dietriche bauen. Oder mal 3, keine Ahnung. Mal 5? Echt? Ja, Dietriche sind mal 5. Also 1000 Dietriche. Ja. Und dann bei der nächsten Truhe, die hyper schwer ist, 900 davon verbrauchen. Was? Ich bin ja schon bei 10, bin schon raus, wa? Wie zum Teufel kommen wir da jetzt rein? Ja. Au. Ach ja, dieses Leggen. Ich hasse es. Ha. Ja. Da gibt es bestimmt auch keinen Zugang durch eine Höhle oder sowas. Weiß ich nicht. Was das angeht, bin ich tatsächlich sehr überfragt. Ich würde ja schon fast wetten, nicht, weil dann hätten die uns ja den gelben Zielbereich so markiert, dass man da auch ein Stück weit diese Küste oder sowas mit drin hätte. Ja. Aber, wer nicht mag, der nicht gewinnt. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp. Au. Was? Also, Planet der Affenstahl geht nicht immer klar. Wo bist du? Äh, ja. Wow. Genau. Oh, bist du auch tot? Ah, ne. Danke. Bitte, bitte. Die Rechnung kommt. Also, hier ist erstmal, ja nichts. Außer ne Hitler-Säge am Strand. Ich hab grad die Meldung gekriegt, dass Ralf-Mozart der World sagt. Wie um 0 Uhr? Müsst du denn nicht arbeiten? Pssst. Nobody knows. Haha. Ja, wenn die Folge rauskommt, sind wir sowieso schon 43, also alles gut. Warum genau muss mein PC dann ganz kurz lecken, wenn ich an einem Haken hänge und da so ein Big Mac spawnt, alter? Ach, du hast gerade schon die Antwort gegeben. Ja, ich höre die Steine schmeißen, alter. Der hat doch als Kind zu viele Kekse gegessen, kannst du erzählen, mit du willst, alter. Ja. Kekse, ja. Ja, so Haushaltswaren-Kekse, also ein bisschen Spiel mit drin und so. Wo bimmst du? Ich bin hier oben. Ja, Junge, dann geh doch da rein! Was hab ich denn jetzt mir noch was eingesammelt? Hallo, ich will da hoch! 600er Machete, erstmal verwerten, danke! Hallo! Jaaaa! Der Super Mario Assassin's Creed-Sprung hat gar nichts gebracht, aber ist okay. Half spielt wieder Monster Hunter World, was ist los mit dem? Wieder oder immer noch? Ja, und gerade wurde mir die Beidung wieder angezeigt. Ich bin tatsächlich etwas überfragt, ne? Frustration schalt aus mir heraus, wie aus einem dicken Bauch. Was sollen wir denn tun? Sollen wir uns jetzt hinter die Brücke liegen und Penner sein oder was? Keine Ahnung. Oder müssen wir den Laden durchsuchen und irgendwie einen Schlüssel finden? Warte mal eine Sekunde. Ja, wir zocken! Was hast du denn? Ich musste nur mal gerade eine Sprachnachricht aufnehmen, die sehr aussagekräftig gewesen ist für meine Nachbarn und Kollegen. Wer sich gewundert hat, warum er gerade nach Hause kommt und im Treppenhaus erstmal mich hört, wie ich hier diverse Geräusche vor mir gebe, die natürlich nach Zocken klingen. That's life. Aufnehmen. So, ich kletter hier rum wie so ein scheiß Schimpanse, Alter. Krieg keinen fucking Cent dafür. Kein Cent. Kein Cent, genau. Und hab vollkommen keine Ahnung, was ich hier tue, Alter. Und will eigentlich am liebsten nur Zombies treten. So. So wie dich gerade. So wie dich. So, und du? Hältst auch die Fresse? Oh, ich hab's gefunden. Ach nee. Wo bimmst du denn? Au. Schlösser knacken schwer. Ja, das hört sich toll gut an. Wo?